Wir sehen auf der Leinwand bereits den Stabführer der Musikkapelle aus Grönbach, den Wolfgang Eder bei der Meldung. Der Kapellmeister der Musikkapelle aus Grönbach ist der Josef Hofellner. Sie treten in der Wertungsstufe D an und spielen uns den Ohne Rastmarsch von Erwin Trujan. Der Wolfgang Eder ist ja auch einer der ca. 50 Stabführer, die ich in den letzten 6-7 Jahren ausbilden durfte und wir wünschen ihm alles Gute. Nach dem akustischen Avizu wird der Normalschritt aufgenommen nach der Schwenkung. Der Stabführer gibt das Zeichen zum Rheinabfall. Es ist eine etwas andere Variante, als wir bisher gesehen haben. Da erfolgt der Rheinabfall auf das akustische Avizu der großen Trommel. Der Wolfgang Eder ist wieder aufgelaufen, dass wir eigentlich zum Rheinabfall im Gegenteil spielen. Der Stab wird gedreht, es wird wieder normal weiter taktiert. Nach reingendem Takten wird der Stab wieder umgedreht. Die Spitze geht wieder nach oben. Auf das akustische Avizu des gesamten Schlagwerkes wird wieder abnarschiert. Er singt Gruß an die Musikkapelle aus Grönbach unter Stabführer Wolfgang Eder. Die breite Formation ist eingenommen. Die große Wende ist bereits begonnen. Die Musik welche an die Musik zu finden, die die Musikkpelle ausgerichtet. Die Musikpfelle sind die wir both genießen. Die Musikpfelle sind die Musikverand soll bei dieser Musikkpelle ausdrücklich. Die Musikverandert wurde sogar ein Eindruck Fachrecht zum Rheinabfall Omar Davos. Amca TV papa heißt Acts vista das Wolken und Kliene abfall. selfig braucht man was. Die Musikverandert werden kann ich natürlich nicht. Und sie hatten die Musikverandert ins wine Pfing solutions Gesselsch fit Gott vers lösen. Die Musikverandert werden dann sind, die Musikverandert ist ihre emptierende das Tet nicht am director жестkopintes. Die Musik verabfall wird wiederum Mehr wijzeigen, was das nicht vous Unit. Der Herr Weltel und die Musikverandert sind gerade contenен Duraktこちら. Die Musikkapelle aus Grünbach zählt ja zu den stärksten Kapellen in unserem Bezirk. Der Tiefenabstand ist wieder hergestellt, Aviso der großen Trommel, Normalschritt wird aufgenommen, Aviso des Startführers zur normalen Formation, der normale Seitenabstand ist wieder hergestellt und der Marsch wird abgerissen. Musikkapelle aus Grünbach Unter der Startführung von Wolfgang Eder Musikkapelle aus Grünbach Musikkapelle aus Grünbach Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020